Sie haben es geschafft. Wir leben noch. Ja, aber der Nullpunkt ist ungeschützt. Sie müssen da rein. Ach, kommen Sie. Wir wollen doch keinen weiteren Schnappschuss von mir in der Schleife. Nein, wir wollen nicht, dass jemand der Schleife entkommt. Gehen Sie da rein und biegen Sie das hin. Verstanden, Ma'am. Schon dabei. Und wir Sieben dürfen davon nichts mitkriegen. Joe, sind Sie da? Gut. Ich muss den Nullpunkt stabilisieren, die Brücke versiegeln und keinen entkommen lassen. Klingt doch leicht. Okay. Finde die besten Jäger aller Realitäten. Signaturen trianguliert und ausgerichtet. Ausführung. Das muss klappen. Das muss klappen. Niemand entkommt der Schleife, wenn ich es verhindern kann. Ich hab die fähigsten Jäger aller Realitäten zusammengesucht und mit den Besten hab ich angefangen. Für Mando musste ich ne Menge Kredits hinblättern, aber naja, das ist der Weg. Der Plan? Pures Chaos. Und niemand wird besser dafür sorgen als sie. Menace, der beste Gladiator überhaupt. Ernsthaft, der Typ ist unbesiegt. Mancake, der Pfannkuchen aus der Panne des Zongs. Und Mae, weißt schon, nur ne gestaltwandelnde Barbarenkriegerin. Bei der Erkundung der Insel müssen sie Rechnungen begleichen und Kopfgelder abschließen, während wir uns auf die nächste Phase vorbereiten. Und wir fangen grad erst an. Verliert keine Zeit. Jetzt wird gejagt. Komm, 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 komm. Kiste direkt, äh, Tactical. Sehr geil. Perfekt, die Runde startet sehr gut. Ein Pistol, aber die Tactical ist übelstark. Direkt falle ich runter, Mashallah. Ich bin einfach Profi, Leute. Ich bin Level 7. Wisst ihr, wo geht's hier lang? Kann man sich verstecken? Oh, Minis, sehr schön. Junge, von oben sieht es so viel hässlich aus, von unten sieht übel geil aus. Was, was denn hier? Hey, was steckt hier unten? Tresor, ich gebe's die Tresor. Nee, ne? Hä? Leute, auf jeden Fall, lass ein Abo da, lass ein Like da auf jeden Fall. Leute, könnte ich diese Woche nicht streamen, weil wie gesagt, äh, ich hatte Internetprobleme. Hey, man kann das gar nicht aufmachen. Internetprobleme, deswegen, Leute, erst nächste Woche. Woche, die die kommt. Bei mir ist ein Gegner. Au, die Tactical. Wie schön. Alter, es ist nicht ein Knast, das ist ein Knast, ne? Keine Gegner, Mensch, hier, komm jetzt. Hey, ich glaube, ich gehe jetzt woanders. Ich glaube, es soll die Taurus. So sieht die der Mitte aus, auf jeden Fall übel geil. Gestern konnte man, wo, äh, es soll die Taurus und diese neue Ort, keine Ahnung, wie das aussieht. Ähm, das sieht, wie bei diesem Film von, äh, Osterix und Obelix. Dieses Haus, wisst ihr euch meine? Wohl. Das war bisschen schlecht für mir, weiß ich nicht. Was diese, äh, hey, 52 Leute, alle, wie schnell sterben, Leute, Leute, was das bedeutet, weiß ich leider nicht. Also, warum das immer noch da ist von diesen Live-Event. Endlich heißt das Pleasant Park, endlich, endlich, heißt das Pleasant Park und nie mehr diese komische Namen, wisst ihr welche meine, ne, vor uns den Gegner. Und hier, nochmal, diese, 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 du weißt du, du weißt du, was ich meine, ne. Ich gehe jetzt rein, hier sage ich, hätte ich, oh, falsch, nicht gut. Hallo, Hund, guck, Animierung, die empfindliche Spieler, bekomme ich 70. Hier, was ist das, Mops, äh, was das? Was passiert? Und jetzt? Ach, ich spiele dir jetzt mit, oder was? Komm, du Hund, komm. Ja, schießen genau, genau, machst du das sehr gut. Gut, dieser machst du. Vor mir ist ein Gegner, komm, ja. Komm, wir gehen pushen, wir gehen pushen. Ich tot bin, pass auf. und lass mich oder bruder macht doch nie so bitte sniper oh mein gott nein hallo hör auf du hund komm jetzt komm jetzt sagt ich machst du gut komm 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 ja schön brav schön braver und oh mein gott wenn das ein gegner werde hier hier guck 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 war das knapp oh mein gott du denkst dass du mich triffst oh mein gott wir müssen übel schnell laufen und komm mit bis jetzt habe ich kein rift gesehen ob der rift immer noch da ist keine ahnung leute auf jeden fall oh mein gott und hat das sehr schön nein da klappt mein kill das ist der zweite komm 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 was was wie bitte das ist jetzt peinlich mario paul würde jetzt sehr 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 lachen aber wir leute das war schon mal video habe ich angefangen lasse leiter eine sehr 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 traurige ende auf jeden fall wird einfach gesniped statt einfach für mich gönnen nein da will mich an das bleiben egal leute deswegen fange ich einfach mit ab nächste woche leute zu streamen leute wie gesagt wie internetprobleme also bis jetzt im video habe ich keine lex wird mich ganz kurz hin und sagt auf wiedersehen